Überall in der Stadt landen von der Flatt kontrollierte Schiffe. Die Kreatur unter dem Bibliothek dieser Graysmite hat uns nur genug. Wir waren nur eine Ablenkung. Den Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Mit dieser Leitungsrohr, dass die Strom mit dem Schiff verbindet, gehen Sie wieder hinein und führen Sie hin. Achtung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Das war's für heute. 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 Das sind offenbar die Privaträume der Hierarchen. Ihr inneres Heiligtum. Das war's für heute. 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 Wo sind wir? Wo die Räte? Das war's für heute. Das war's für heute. Nichts Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. 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 Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hört's zu, Blechdose. Mach mich nicht! Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Wir haben neuen Kontakt. Unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns. Feuer frei. Hier ist Spartan 117. Jemand hören. Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden. Das ist ein Schiff tun. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020